Seit gutem Jahr hat die IBTH das Thema DevOps aufgeriffen. Was ist da alles so gelaufen im letzten Jahr? Das Thema DevOps hat bei uns eingeschlagen wie eine Bombe. Wir sind bei verschiedenen Kunden unterwegs. Die bekanntesten sind SIX und Swisscom und sind voll eingestiegen in das Thema. Das Thema DevOps ist dein Thema, Karin. Was ist das, was du sagst, das fasziniert mich am meisten an diesem Thema? Ich komme eigentlich aus der Technik und mit DevOps habe ich jetzt aber eigentlich mein Herzblut gefunden, weil es dort die Technik und die Menschen vereint und auch die Organisation betrifft. Das Zusammenfügen ist das, was ich am spannendsten finde. Gibt es jetzt schon etwas, im 2017, irgendein Event oder ein Highlight, wo du sagst, auch da freue ich mich jetzt schon darauf. Ich freue mich ganz speziell auf das Event im März, wo wir mit Swisscom und SIX zusammen wieder ein spannender Community Event organisieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.